Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Oh, diskret kann ich, ne? Und wenn Anu tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter, denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Wir brauchen die Axt. Naja. Warum ist hier rote Farbe oder Blut? Was? Wir sind in einem Stall, hier muss doch was sein. Was gibt's wieder so? Warum gibt's hier immer so... Gut, dann an die Arbeit. Kodex, Aufwerten, Fertigkeiten. Nicht genug Material. Hm. Kann der irgendwo drunter? Ah, hier, interagieren. Guck mal. Wo kann der rein? Ja, mach mal. Die Tür kümmert dich drum, Ugo. Aha. Ugo? Da ist er doch. Hier, schieb den Karren zurecht. Ich will mal gucken. Da hinten kann man noch drüber, oder? Ah. Die Tür. Schwefel. Ach, mit E kann ich auch, nicht nur mit Q. Ah, das ist ja gut. Gut zu wissen, dass ich das jetzt schon merke. Warum hat er nur den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass... Dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Warte mal, wo muss ich mit dem Teil denn überhaupt hin? Aber hier ist noch eine Kiste, hab ich grad gesehen. Ach, da hoch. Dann war der Graf derjenige, den er nicht bezwungen hat, quasi. Okay, da kommen wir hin. Mal gucken, ob hier noch was ist. Was haben wir denn hier? Fünf Stücke. Werkzeug. Ach, die sind immer in diesen Kisten. Fünf Stücke. Und Schwefel. Ah, wir müssen diese Kisten finden. Ja, da war einer am Strand, ne? Ja, ja, ja. Kann ich das irgendwo sehen, wie viel ich davon hab? Wahrscheinlich hier, ne? Eins hab ich. Ich weiß nicht, komisch. Ich kann anscheinend auch hier meine Sachen verbessern. Reisewerkzeug. Wofür dann die Werkbanken sind. Der Graf wird angegriffen. Geh, ich halt auch schon nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Hab ich euch. Nein, nein, beeil dich. Runter. Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkommt mir nicht. Der Falke reagiert schnell auf Sicht und Geräusche. Bleib so oft wie möglich in Deckung und lenke ihn mit Werkzeugen und Objekten aus deiner Umgebung ab. Okay. Aber wo müssen wir hin? Das ist ja schwierig. Können wir irgendwie diesen Feuerkrug hier aktivieren? Oh. Oh, shit. Oh. Ja, da kann man nicht hin. Scheiße. Ich dachte... Ah, ich muss hier drüber springen. Okay, das geht natürlich. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Mit Sicherheit. So. Mal entkucken. Da! Da! Angriff! Los, schnapp sie dir, du lausiger Spatz. Wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich hier hin, ne? Schnell! Flieg! Ich weiß, dass ihr hier seid. Können wir den jetzt noch dahin locken? Köte sie! Das darf nicht der Vogel aus Bremseraum sein. Ist er nicht? Wir... Ah, Mistvieh! Warum hört er nicht auf? Auf sie! Na los! Los! Ja, wir sind da! Geh weg! Kusch! Kusch! Okay. Seltsam! Passt irgendwie nicht zum Spiel. Das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Anno verflucht? Und so wird auch diese wunderschöne Stadt wieder zum Alp fahren. Das sind Schwerter! Ja, ja, schnell! Kann ich da irgendwie rein? Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's bauen! Ich mach dich kalt, wie deine Männer! Du stirbst doch sowieso! Und wofür? Vergangenen... Was sollen wir tun? Nein! Du mieser Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Vektor, halt! Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf! Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren! Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg! Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch Herr war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Ich bin gespannt, ob sie gleich noch den Phönix sehen irgendwo als Symbol oder sonst irgendwie was. Es wird Abend. Schönes Schloss. Viele Blumen für Hugo. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt. Kommt rein. Ich finde, Anu erledigt. Wir wollen uns hier noch ein bisschen umgucken. Sie warten auf unser Messia. Ja, gehen wir zurück. Es ist unglaublich hier. Du wirst später reichlich Zeit zum Spazierengehen haben. Ja, wir kommen. Tut mir leid. Wir wollen die Dame ja nicht verärgern. Nicht wahr? Wow. Wow. So groß. Ja. Und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh. Hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Laguna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Und lecker. Haha. Ein bon vivant. Vorsicht. Die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Sieht sehr lecker aus, das Essen. Was schrubbt die denn da? Was schrubbst du da? Ein Brett. Okay. Die andere auf der anderen Seite auch. Parallel. Paralleles Schrubben hier. Na mal sehen. Das wird aber... Richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist ihre Mama? Nein. Nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja. Sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Ähm, Ugo. Victor, nicht so militärisch. Haha. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Ugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden. Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier... wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester. Oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich, Liebster. Komm, Ugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu ehren die hellen Tage. In der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott. Zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn. Um sein Feuer zu erneuern. So was geht nie gut. Das wird bestimmt noch böse hier. Ich habe kein gutes Gefühl. Der Phönix. Auf dem Stein. Das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art ist euch beliebt? Sicher. Ugo? Ich bete zum Vogel. Ah, aus der Glutasche. Klar, der Phönix wird in Feuer geboren. Doch hell in der Nacht. Auf das er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Ähm, Verzeihung. Mutter? Dürften wir für Vater beten? Ugo? Ja. Ich verstehe. Natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Ugo. Ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh. Ja. Ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und... Ich weiß es einfach. Gut. Sehr gut. Gehen wir wieder zu Ihnen. Und erzähle hier niemandem was davon. Ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Ist das alles groß? Ja, auf jeden Fall sind wir hier richtig, oder? Ist alles für morgen bereit? Ja. Die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Wie er die Treppe hochgeht. Ich kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Sch. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Arno töten? Ugo! Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lakuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin. Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja! Kapitel 9. Geschichten und Offenbarungen. Oh, das könnte interessant werden. Ja. Ja. Diese Kleider sind so bequem. Äh, ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Das ist... Wie ein Traum? Ja. Genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's. Ja, Essen. Wohooo. Hehehe. Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey. Wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja. Lass uns gehen. Oh, mieses Geruch. Guck mal, jetzt ist, glaub ich, alles da. Erkunde die Insel. Jetzt können wir ja alles erkunden. Sehr schön. Tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja. Insel Entdecker. Finden wir erst den Ausgang. Das ist echt wunderschön hier. Aber dann muss es doch auch diesen großen Baum geben. Wenn wir hier den Phönix auf jeden Fall schon mal gefunden haben. Können wir durchs Wasser? Nö, schade. Sieh dir das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangel weit. Sperrangel weit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja. Pfff, ein wenig schon. Das ist wirklich sehr groß, die Gärten. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Na, der hat Spaß bei seinem Job. Okay, hier geht es wahrscheinlich nicht her. Ich denke, wir müssen auf die andere Seite der Insel. Guck mal, da ist ein Tor in dem Felsen. Seht ihr das? Da müssen wir bestimmt hin. Wir müssen wahrscheinlich in den Berg. Guten Tag, danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helmern fühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund. Von daher... Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Erstmal gucken, was ihr so hämmert. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Das stimmt wohl. Hallo. Dürfen wir rausgehen? Sicher. Genieß die hellen Tage. Das ist wirklich sehr hell. Gut geschlafen? Hallo Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du... Wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Arno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja. Dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Ugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Ich meine es ernst, Sophia. Arno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Oh nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Ugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Wohin? Das ist wirklich krass groß. Aber da hinten, jetzt kann man das Tor besser sehen. Da im Fels, so ein rotes Tor. Okay, wo gehen wir denn hin? Gehen wir einfach mal hier. Gehen wir mal hier runter. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt noch nicht angefangen zu kochen. Da können wir nicht runter. Das ist schon der fest vorgegebene Weg hier. Hm. Jetzt kann man es immer besser sehen. Also man soll es sehen. Es ist nicht nur subtil, sondern... Oh, ein Vogel. Oh, ein Vogel. Ja, stimmt. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Auf jeden Fall guckt er hier runter, ne? Da, er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Hier ist alles so anders als in Guayenne. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guayenne nie heiß? Nicht so wie hier. Hat er hier in den Garten gestarrt? Hier den Weg lang? Scheint irgendwo hier hin, ne? Vielleicht können wir mit der Frau reden. Hey, da oben. Essen ist fertig. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Da. Da hinten. Ich sehe ihn schon. Gehst du zum Fruchtbarkeitstempel? Ja, mit meiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Wie kommen wir denn da hoch? Hier irgendwie rein, ne? Schon den Himmel gesehen? Ja, könnte mir keine helleren Tage wünschen. Ich hoffe nur, es wird nicht noch heißer. Nein. Rüber mit dir. Das Wetter wirkt perfekt. Dem Sohn sei Dank. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt. Sollen wir es uns ansehen? Ja. Wir müssen über die Brücke und dann links. Okay. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Ich gehe mal hier rum. Vielleicht findet man hier noch was, aber es sieht nicht danach aus. Da ist die Wolke. Da ist er. Der führt bestimmt zum, hier zum Berg. So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Hey da. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nichts stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts. Die Jugend. Sucht jetzt schon Steine statt Gold. Ja. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja. Man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Noch einer. Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten. Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaub ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Können wir eben hier bei der, bei den, bei den, äh, Windmühlen gucken. Windmühlen. Können wir reinschauen? Klar. Warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen. Mit lustigen Schildschwertern. Junge, ich sehe nur olle Weizenmühlen. Ich will auch mal. Kann ich nichts machen? Oh. Cool, oder? Wow, so viele Blumen. Wie, wie können hier so viele Blumen wachsen? Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Macht über diese Insel. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja, danke. Ich will noch die weiteren Mühlen hier angucken. Kommt man da hoch? Was kann man denn hier machen? Ah, jetzt können wir da rein. Können wir alle Windmühlen anhalten? Oh, was hat das für einen Sinn? Oh, was hat das für einen Sinn? Gibt's da ein Achievement für? Alle Windmühlen stört mal. Guck mal, das sind Drachen. Fähre schlossen. Gibt auch sonst keine Möglichkeit da rein, oder? Ah, da oben ist noch eine Ruine. Mal gucken, was man hier noch machen kann. Pfeffer, gibt's hier was? Kommt man da drüber? Ah, da kommt man drunter. Und dann hier hoch. Da muss aber die mittlere Windmühle, dann muss man da aber auch noch irgendwie reinkommen, oder? Ach, guck mal hier. Ja, dann gucken wir gleich nochmal. Ich versuch, hast mich wohl vermisst. Vielleicht startet sie die Windmühle. Jetzt starten wir einfach mal. Ach, guck mal hier. Ja. Ah, da kann man... Ah, verstehe. Warte mal. So kommen wir da rein. Und hepp... Und hepp... Hat das vielleicht irgendeine Bedeutung Weil da auch Symbole drauf sind Drei Fische Fangen wir vielleicht erstmal den Dem Vogel Was sind da für Symbole drauf Eins Wald Das ist irgendein Rätsel Wir folgen erstmal dem Vogel Was ist denn hier Hallo Oh da beten alle Was geht hier vor sich Wir müssen erstmal zum Vogel Er muss irgendwo hier oben sein Bist du müde Ugo Nein Alles gut Wir sind viel gelaufen Da ist der nächste Ist groß Sie Vogel Sind wir Eine Spirale gelaufen Und wir kommen dem Mittel näher Interessant Ein alter Tempel Waren die Römer also doch Also auch hier Okay da kommen wir zurück Ja ich weiß wie Geh mal zur Seite Wir können nämlich mit dem Topf Dankeschön Das ist es Ugo Dein Vogel hat uns hergeführt Die Insel Das ist eine Karte von der Insel Sie ist uralt Ich denke Hunderte von Jahren Bestimmt byzantinisch Es gibt hier wirklich viel In dieser Art Sieh doch Amicia Da ist die Zeichnung Welche Zeichnung Die Zeichnung aus dem Orden Ja Ich erkenne es Welcher Orden Ein sehr sehr alter Alchemistenorden Du hast uns auf dem Boot gehört Sophia Ugo ist krank Es ist nicht ansteckend Doch Der Orden wollte ihn wegsperren Um über ihn zu verfügen Aber ich Du kniest vor keinem Verstehe Also Wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft Es ist einfach Dieses Symbol Zeigt wichtige Bereiche an Dieses da Also Das kann man nicht übersehen Der Berg Sie nennen sie Las Madres Die Mütter Oh Ich weiß Öde Es ergibt Sinn Gehen wir diese Mütter besuchen Die Zähne Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet Ich stehe In eurer Schuld Dann mal los Ja Jetzt wird geklettert Der Ausblick Von da oben Ist sicher beeindruckend Oh Ich kann es kaum erwarten Alles klar Da müssen wir jetzt Also doch hin Wir müssen in den Berg Und das machen wir In der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao